Als Yannick die ersten schlechten Noten nach Hause brachte, da dachten wir noch, ruhig bleiben und das Beste draus machen. Doch dann wurden die Noten zum Problem im Haus. Yannick, an dem kamen wir gar nicht mehr ran. Doch dann haben wir die Nachhilfe vom Studienkreis entdeckt. Und jetzt schauen Sie sich mal um. Jetzt anmelden und 50 Euro sparen. Studienkreis, die Profi-Nachhilfe für...